Herzlich Willkommen meine Freunde zu einem neuen Auswärtsstadion Vlog. Ach wie lange ist es her? Ich glaube das letzte Mal auswärts sind wir gefahren tatsächlich in der Bundesliga nach München. Es wird auf jeden Fall mal Zeit. Heute geht es auf jeden Fall nach Düsseldorf. Ich bin total heiß da drauf. Wir nehmen euch natürlich wieder mit, schneiden euch das ein bisschen zusammen und dann erlebt ihr die Stimmung aus dem Stadion in Düsseldorf. Natürlich vom Gästevlog. Wenn ihr selber nicht dabei seid, 3.000 Aminen werden ihr heute erwartet. Richtig, richtig Hammer. Geil. Ich bin heiß, wie gesagt und wir legen los. Eigentlich wollten wir schon von einer Stunde weg sein, aber hat halt nicht ganz geklappt. Let's go. 20 Minuten später. Da freut man sich so auf eine Auswärtsfahrt und dann fängt es so an. 5 Minuten auf der Autobahn und Stau. Wir stehen hier schon seit einer Viertelstunde. Ich bin gespannt, wann es weitergeht. Ich hoffe nur, wir kommen pünktlich zum Anpfiff. Ich bin gespannt, wann es weitergeht. Ich bin gespannt, wann es weitergeht. Vielen Dank. 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 Bye. 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 ... 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